Ja, da ist der Walter Lauder, hallo. Ich bin also heute fast den ganzen Tag mit Stefan und René unterwegs gewesen. Wir sind jetzt im Röhn-Grabfelder Landkreis gelandet, haben heute 161 Kilometer und 2700 Kilometer gemacht. Trockenes Wetter, war wunderbar, war heute ein bisschen weniger heiß, weniger schwül als gestern. Wir sind gut drauf, sind jetzt hier in so einer Art Jugendheim gelandet und konnten jetzt hier ganz toll noch ein Steak essen, zwei Bier trinken und sind jetzt hier quasi in so einer improvisierten Bar, haben da unsere Schlafsäcke und Isermatten ausgerollt, werden hier übernachten, morgen früh um 5 Uhr aufstehen, dann geht es weiter zum dritten Tag. In diesem Sinn, macht's gut allerseits. Tschüss.